Wenn meine Kollegen ein Problem haben, dann komme ich ins Spiel. Es sind viele, viele Aufgaben, was ein PS hat. Wir kontrollieren jeden Artikel, jeden Auftrag, konzentrieren mich so viel an meine Aufgaben und erleben die Probleme von jeder Situation, was ich dort habe. Und ich bin ein sozialer Mensch und deswegen helfen die anderen Personen mit seinen Problemen. Das macht mir Spaß. Ich habe mich verliebt in diese Arbeit. Ich bin die Elisabeth und ich arbeite in der Zalando Logistik. Das ist auch schon beimfachen Training für bereit sind. Ich habe mich verletzt, dass die WLAN laufen nicht mehr dazu ist. Ich habe mich einfach wiederées in TustatenMicft-Drizz mit der Lange конц Camping und im Tustaten. Ich habe mich noch dazu gefühlt, es geht even mit dem Problem, dass ich mich hier fangen, meine physios, noch viele Jahre,多 47 Jahre. Vielen Dank.